Servus, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead by Daylight, zusammen mit dem üblichen Hallo, hallo, da und wir spielen heute hoffentlich die neue Map der Jägerin, wir werden mal reinschauen und gucken, was wir bekommen Hoffentlich, hoffentlich, ja wir nicht, mach sprühen, unsere Opfergabe, das ist das Vollmond-Bukett und das andere kann ich nicht mehr lesen, das andere Ding Leider nicht die neue Map, Hells ist mondlich Jungs, Hells ist mondlich, ja man Tag, Hell, deine Schuhe, hallo, Schleckball, hi Ja, ist angenehm, ich wollte erst dunkelstes machen, aber dann sieht man ja nur Aufgaben, nix Boah, das ist jetzt, ich bin schon am Generator, ich auch Ist Fallensteller übrigens, natürlich, da liegt nämlich ne scheiß Falle rum, die werd ich mal eben schnell auseinandernehmen So, kann man die entschärfen, ja? Ja, nix für entschärfen machst du, wenn du halt dieses Percas oder einen Kasten, kannst du die halt auseinandernehmen, dann kann er die nicht mehr verwenden Ah, cool Boah, das war knapp Da werd ich mich jetzt mal irgendwie noch beschäftigen, ich werd die Haken auch mal ein bisschen kaputt machen Sehe ich nix Komm schon Oh, sehr gut Zweimal gut gemacht Dreimal, perfekt Noch sind wir nicht fertig Ich hatte nur eins Ich hatte drei Oh, mir tut schon der Zeigefinger weh, ey Ich hatte nur einen Der Zeigefinger? Ja, von die ganze Zeit Most hast du drückt Ach so Rein, 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 rein Ich Nicht in meine Richtung, ich hab die nächsten Dich fertig Ok, wir können wieder zurücklaufen Lauf in Pardas Richtung What the fuck, ich kann nicht Oh shit, der isser Ich versteh, ich versteh dieses Dings nicht Ok, ich bin bei Lutz in der Nähe Ich versteh dieses Add-On nicht Es steht in der Add-On Beschreibung Full Heal bei ähm primärer Benutzung Und ich drück, egal welche Maustasse ich drück Das passiert nicht Das passiert einfach nicht Ich geh schon mal weiter Kann er jetzt mal ne Falle stellen Oder macht er jetzt auch noch Face-Camping oder was Macht er das? Ich bin direkt beim Keller Oh fuck, er schaut mich direkt an Hast du ihn weggelockt? Sag Bescheid, sag Bescheid Nein, er geht wieder runter Ist er unten, Lutz? Nee Er ist nicht unten Nee, aber Treppel Ah Woll grad sagen Wenn ich nämlich in die Nähe gehe Kommt sofort das Herzporen Ja, der kämpft da die Sau, ne? Ja, da steht er unten rum Das ist doch scheiße Ich glaub er kommt raus Komm doch her, du Spacko Komm Einer muss ihn ablenken Ich mach, ich mach Ich mach Ja Er macht Face-Camping Mach du weiter Arnold? Ich lenke ihn ab Hol Arnold raus Ich bin schon so an Hol Arnold raus Ah, er macht Face-Camping, Alter Er macht Face-Camping, Alter Er macht Face-Camping, Alter Ich hol ihn raus Nein Wie willst du denn das machen? Komm her, du Kackhaufen, du Boah, Alter Das ist Murensöhne, Alter Komm her, du Affe Komm her, du Affe Halt durch, Lutz Wo bist du? Wieso hast du dich geopfert, du Vollpfosten? Komm her Lutz, wieso hast du dich geopfert? Weil er, glaub ich, die Schnauze voll hört Weil er hohl ist Ich renne da extra runter, jetzt bin ich auch im Arsch Ja, jetzt hat er mich Oh, Lutz Lutz, das Spiel ist eigentlich für mich ja Kämpfen bis zum Letzten Ja, man hat keinen Bock gegen solche Leute zu spielen Ja, nein, Jürgen, wir hatten es so gut Die waren doch schon da Er war gerade auf mich fixiert und war da aber unten Scheiße, Mann Okay, okay, alles klar Denk mal, weißt du, wo du, äh, ungefähr, wo du bist? Äh, am Ende der Map Bist du irgendwo an einem Ausgang in der Nähe? Hm Warte mal, nee Gerade Doch, oder? Nee, was ist denn das? Nee, hier ist hinten so eine rote Scheune Eine roten Scheune, alles klar Und da ist ein Generator noch Und der Killer kommt Alles klar Ich bin irgendwo ganz woanders, keine Ahnung Er hat mich Dann mach ich mal den Generator ein Oh, hier sind sogar zwei Generatoren hier hinten Er ist bei mir noch, nee Bei der roten Scheune? Ja, also ich lauf jetzt aber weg von... Ich lauf weg von der Scheune Er hat mich... Okay, 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 okay Ich bin bei der Scheune Er hat mich jetzt auch getroffen Ich hab jetzt auch einen Generator gefunden Ja, und das ist nämlich irgendwo noch einer Boah Boah Ich bin angeschlagen Alter, das Spiel leckt gerade Dann bist du... Wenn du irgendwie die rote Scheune siehst, probier hin zu kommen Ja, ich seh sie So, ich bin übrigens im Keller So, wenn du da zwei... Wenn du da zwei... Wenn du da einen Generator siehst, dann sagst du Schei Also einer ist auf jeden Fall auch angefangen Also so ein bisschen rechts von der Scheune, wenn du... Wenn du die Mauer zum Rücken hast und auf die Scheune drauf guckst Ja, er bleibt wieder hier stehen Ja, das brauchen wir gar nicht zu machen Ey, das ist so lame Arnold, dann komm her zu mir Schade, dass man hier jetzt grad nicht schreiben kann Dann macht das in Ruhe fertig Er bleibt so lange hier, alles gut Äh Okay Wo bist du denn Arnold? Wo ist denn der Generator? Er ist einfach lang gelaufen An der Mauer oder was? Ja Da ist... Da ist der Generator drin Nein Die sind beide draußen Kann das sein, dass es mehr für Scheunen gibt? Es stellt hier alles voller Fallen Na ja, lass mal machen Ich bin an der hooten Scheune Ich glaub ich hab an der hooten Scheune hoch Ach Arnold Ja Oh, einen hab ich fertig Guck Wie weit weg das ist Ich weiß noch nicht, wo du rum haben willst An der roten Scheune und die Abseits So Der nächste Generator ist auch schon kurz fertig Such den neuen Such den neuen Such den neuen Arme Sollst du mich healen, Mann? Und dich wechseln? Ja dann komm zu mir Ich weiß hier nicht Ich komm zum nächsten Wenn ich sterbe ist er... kommt er zu euch Wo ist der nächste? Ah da Ist das ein asozialer Killer, ey Der steht hier einfach rum, ey So was ist halt richtig So eine... Den könnte ich richtig beschimpfen jetzt Wenn ich dich habe, rennst du weg und suchst den nächsten Generator Am besten am ganz anderen Ende der Map So weit weg wie es noch geht Kommt bloß nicht in die Nähe vom Keller Ja Obwohl ist egal, er kämmt überall Ja Alter, ich krieg richtige Aggressionen von dem Typen Das wird ihm jetzt zum Verhängnis Ja Gammel mal schön hier rum, Kollege Ich kämpfe noch bis zum letzten Ah Noch eine Falle hinstellen, genau Da, okay Drei, vier Fallen jetzt schon Ich habe einen Generator an einem Ausgang, der schon angefangen hat Achso, den habe ich schon gemacht, alles gut, ne? Wo bist du, wo bist du hingelaufen, circa? Äh, lauf an der Mauer, lauf an der Mauer, dass die Mauer links von dir ist Ja, ich bin unterwegs Und dann kommst du zu einem Ausgang Ich kann gleich nicht mehr Space drücken, ey So, ich sterbe Jetzt müsste er gleich zu euch kommen Bin gleich fertig Das müsst ihr schaffen, unbedingt Und allein weil das so ein Ich bin bei dir Er kommt zu mir, er kommt zu uns So ein Homo ist Er kommt zu uns, er kommt zu uns Jaja, ich habe ihn gesehen, er hat mich gesehen Scheiße Lauf weg, warte Mach den, mach den Generator zu Ende Ich lock ihn weg Er ist, er ist bei mir Er ist wieder zurückgegangen Scheiße Versuche irgendwie wegzulocken Ja, mach ich Komm schon Komm hinterher Er ist noch in der Nähe, oder? Er ist, er ist bei mir Er ist hinter mir Ja Komm an Junge Bring it! Oh Glück gehabt, sehr gut, sehr gut Versuch Zeit rauszuschildern Ich mach den Generator gerade zu Ende Das sieht gut aus, er lenkt ihn schön ab hier Perfekt, perfekt Mach das Tor auf, mach das Tor auf Ich bin unterwegs Ich komme jetzt noch nicht zurück Mach das Tor auf, mach das Tor auf Ich bin dabei Pass auf, pass auf, pass auf Er kriegt mich nicht Er kriegt mich nicht Das hat er so verdient Ja, das ist zu langsam So ein Okay, komm in die Richtung, komm in die Richtung, komm in die Richtung Warte, warte Wo ist auf? Jetzt Ich lauf, ich lauf Ich lauf Ich lauf Ich lauf, ich geb Gas Lauf um dein Leben, das scheiße Mein Puls, mein Puls, mein Puls Oh Gott Oh Gott Den haben wir schön genudzt Boah geil Sehr schön genudzt Du kleines Arschloch Ey War der Easy, kann man jetzt schreiben? Kann man reinschreiben, easy game Easy game Homo schreibe ich da rein Bitch So Boah Ja Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder Leute, bis gleich So Leute, jetzt zweite Runde Und immer noch nicht diese scheiß Anstalt Das geht Ich habe jetzt auch einen Purg reingehaut Dass die kommen soll Und uns ist wieder nicht passiert Ich sabotiere jetzt einen Haken Du hast ihn auch reingehauen, Arnold Ja, ich habe ihn auch Gibt es doch gar nicht Ich sabotiere jetzt erstmal den Haken Ich sabotiere jetzt auch den Haken Und ich Mach einen Generator Aber ich bin schneller, Arnold Soll ich mal sagen, wie schnell ich bin? Der erste Haken ist kaputt Alter, wie schnell, Alter Na dann, mach mal weiter Oh, die sind direkt Er ist bei mir Nice Dann machen wir mal direkt hier Reparieren wir mal wieder Oh, ich habe ihn gerade gehört Es ist auf jeden Fall der Geist Das haben wir schon gelegen Ja, ich will es nur nochmal bestätigen Wir wissen es nicht hundertprozentig, ob es so ist Doch Mittlerweile schon Ich denke, das war einfach Ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Da hinten läuft er hoch Oh Gott, und ich laufe mitten auf der Fläche, Mann Und der Geistert da so vor sich hin Der Geistert vor sich hin? Ja, Mann Was für eine gewitzte Analyse Eine geisthaltige Nahrung Oh Gott Oh Gott, sieht der ja aus Ja Oh Das wird's Ach Ich weiß gar nicht, wie das sein soll Ich habe ihn gesehen Ich habe den General What? Der steht plötzlich direkt hinter mir Ja, nice Ich dachte, der wäre aber euch Der hat bestimmt gehofft, dass man das nicht hört, wenn er sich entgeistet Ja, war so Entgeistert? Entgeistet Oh, zweiter Haken ist kaputt Ich dachte, der verfolgt Und war irgendwen von euch So eine Shitter hier Ne, ne, alles Oh, er kommt in meine Richtung Wo kommt der ein? Ja, nicht Ich weiß aber ja nicht, wo ihr seid Ich gucke, dass ich nicht in der Nähe des Generators laufe Du bist weg, du bist weg, du bist weg Leer, rechts, 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 ok Nein, nein, lauf zurück, lauf zurück Ach, da ist es du Jetzt sehe ich dich, ja Und Wieder mal der Fluch Also ich langsam kotze ich Ach, der Haken ist schon kaputt Was passiert? Was passiert? Achso, man kann die im Keller nicht kaputt machen, gell? Die Haken Die kann man nicht kaputt machen Ja, ok Ich muss mich ganz kurz verpissen Ja Ganz kurz Weil er ist nämlich direkt bei dir Ich habe zur Hälfte den Generator fertig So, er ist wieder unsichtbar Und er läuft Richtung Er kann ruhig zu mir kommen Er kann ruhig zu mir Nee, nee Er läuft hier so im Kreis um mich rum irgendwie Jetzt kann ich Er ist schon Bei mir in der Nähe ist er Ja, ja, ich sehe Ich habe ihn gerade rumschwellen Soll ich mal failen, damit der Herr kommt zu mir Ja, mach mal Komm her zu mir, komm Ich bin bei Schneckball in der Nähe Hast du gefehlt? Ja, ja Ok, ich lauf hin Weiß nicht, wo er ist Ich sehe auch nichts mehr Ich weiß nicht, ob er wirklich kommt, gell? Ich habe Schneckball erst lagt, folge mir Ja, komm zu mir Er ist bei mir Folge mir Komm her, komm Warte, bleib stehen Wie so ein Hund Komm her Putt, 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 putt Sorry Kein Ding Falsche Richtung So Ich habe mich auf der falschen Seite die Palette umgeworfen Nice So Erstmal anfangen Hier vorne sind gleich zwei Generatoren Leute, aber ich kann nicht Guck mal hier rechts von mir ist einer, den kannst du schon mal anfangen Den anderen habe ich fast fertig Ich muss in eure Richtung kommen Nein, musst du nicht Doch, ich habe kein anderes zu fahren Ja Anna, du bist so ein Hurenkind Wieso machst du das jetzt? Alter, guck mal wie er mich anmodzt, gell? Obwohl ich mich gerade geopfert habe Heißt du Spinnst du, Pader? Achso, du kommst Ok Ja, ja Ich habe ihn Ich habe ihn in Krumm Da hinten ist der Geist Der guckt Aber er ist irgendwo Er ist irgendwo noch unterwegs Nee, ich kann ihn sehen Er hat sich unsichtbar gemacht Ja Kommen wir zu dir Ich sehe ihn nicht mehr So Ich gehe wieder zurück zu meinem Generator Oh, der ist beim, der ist beim Keller Was macht Lutz eigentlich? Er sabotiert Haken Das ist sogar sehr gut Oh, Achtung, er ist hier wieder Ja, ich sehe ihn Mach weiter, mach weiter, mach weiter Wo neu ist er? Ja, abgesehen Ok, links Ich bin wieder da, wo ich meinen Haken, äh meinen Generator kaputt gemacht habe Irgendwo Leck, leck, leck Er ist wieder bei mir Das kann nicht wahr sein Lutz, wie wäre es denn, wenn du mal ein paar Generatoren machst? Irgendwo steht auch noch ein angefangener Formierung Ich mach die ja nicht komplett, weil, äh, da ist noch ein Haken Ich mach erst den Haken kaputt Komm, wir haben ihn gleich Flick, 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 flick Nice Lauf, 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 lauf Oh, oh, da ist noch nicht ein sabotierter Haken Wir haben ihn gleich Weg hier Einde Fenster oder so Wind War eigentlich genau drin, aber egal Au, 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 au Okay, mal schon mal zerwischt Okay, nächster Was scheint bei uns in der Nähe irgendwo? Nä, ne? Doch Ne, ich glaube》 Ich sehe ihn Er spring da die ganze Zeit drüber, leider H-h-h Wo holst du denn dann, wenn er am Haken hängt? Ja, ich mach den Haken eben kaputt, dann ist das kein Problem. Ah! Ah! Im Durchhalten, aber durchhalten. Hier ist ein Generator. Alles gut. Alles gut. Komm hier rein. Ja. Also hier in die Richtung, da sollten keine Haken mehr sein. Boah, das war knapp. Also hier, okay, auf dem Hügel ist noch ein Haken. Halt dich vom Hügel fern einfach. Alter, welche Skillchecks krieg ich denn? Ei, 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 ei. Bei Konzentration. Oh, ich... Irgendwann kommt. Lutz, komm rein, hilf mit, hilf mit. Da hinten ist noch ein Generator, den hab ich noch. Ah, er hat mich. Mach, mach, geh weg, wir haben den gleich fertig. Aber hier ist kein Haken. Oh, oh. Opfer. Komm weiter. Da ist ein Haken, verdammt. In der Ecke. Scheiße, aber ich schaffe ihn ja noch. Wo ist denn Arnold? Im einzigen Haken, der noch existiert. Da. Er kommt direkt zu euch, er kommt direkt zu euch. Ja, ja, ja. Lass ihn kommen. Lauf weg. Scheiße, ich komm hier nicht raus. Ah, fuck man. Oh shit. Nicht beide zu mir, komm jetzt. Nicht beide zu mir, komm. Ich hab keine Ahnung. Er läuft, er läuft, streck mal hinterher. Natürlich. Und ich geh natürlich genau zum... Oh ne, hier ist er kaputt. Sie ist, sie ist down. Sie ist down. Oh man ey, ich hasse das Spiel. Warte, warte. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Jetzt kommt er nicht hierher. Jetzt kommt er nicht hierher. Wär ich doch durchs Fenster gelaufen, Mann. Yo, yo, yo. Bist du bei mir? Yo. Okay. Die hängen, komm mal schnell. Okay, da hängen noch... Da sind noch zwei Haken. Was bringen diese sabotierten Haken? Er kann sie nicht mehr... Warum ist dieser hier nicht sabotierend? Verfickte Scheiße. Was ist das? Ja, ja. So, Bader, du musst sie helfen. Du musst sie retten. Ne, wieso? Hier ist ein Generator, mach den fertig. Der ist schon fertig. Nice. Du musst sie retten. Ich hab mich geoffert. Oh shit. Er ist bei uns. Oh shit. Lauf hin, lauf hin, lauf hin, lauf hin. Wir laufen zum Schreckball. Ja, ja, komm. Der ist hinter Lutz. Ja, ich lauf hin. Okay, perfekt. Ich bin nicht gut gesehen, ja. Lutz, du musst es abdrehen. Du kommst ja direkt hierher. Kann doch nicht wahr sein, dass du wieder kämpfen musst. Er kommt zu euch. Ja. Egal, ich hab dich. Ich schmeiß mich vor dich. Klag mich, du Idiot. Jungs, haltet euch mal bereit. Ah, Trottel. Nice. Direkt bei einem Ausgang hier, gell? Ja, mach auch gleich. Nein, er ist bei mir, du Affe. Mach den Anson auf, nicht da, wo ich bin. Okay, ich lauf zum anderen. Er läuft, er läuft weg von mir. Scheiße, wer kommt da jetzt zu uns bestimmt. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Lauf Richtung anderen Ausgang jetzt. Das muss jetzt klappen, ey. Mach auf. Da ist kein anderer aus. Ich öffne gerade. Ich öffne gerade. Arnold, bleib mal stehen. Okay, renn weiter. Ja, natürlich. Da hinten müsste doch der Ausgang sein irgendwo. Nein. Wo ist er dann? Ja, bleib stehen, jetzt kann ich dich auch healen. Okay. Wie lange hast du? Ja. Ist er hinter uns, oder was? Ja, einer ist direkt hinter uns und einer ist da, wo du herkommst gerade. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich bin hier. Bleib stehen, ich heilig noch. Der eine ist offen halt, wo die jetzt bei sind, oder? Ich bin offen. Baruchst offen, komm her. Ich folg dir, komm. Ich kann ja nicht sprinten, weil ich sonst den Sprintboost aktiviere. Das wäre ein bisschen blöd. Alles klar. Okay. Was sagst du? Vorne nach rechts dann? Mhm. Da vorne war er. Ja. Alter, was ein Lappen. Wir sind alle noch, wir sind alle noch voller Gesundheit. Oh, sag das jetzt nicht, gell. Lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lass nochmal zum anderen Tor. Easy. Er kann ja nix machen, aber will er machen. Oh, vielen Dank fürs Retten. Sollen wir durchrushen? Ja, pass auf. Einer finde du. Alles klar, komm. Okay, schau mal den anderen zu. Wir sind durch. Ja, perfekt. Wir sind auch schon raus. Perfekt, easy. Ha, 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 ha. Pass auf. Das war echt ne perfekte. Oh, lauf lieber. Easy round. Das war jetzt ne gute Runde, er. Das war ne richtig gute Runde. Danke mir, Alter. Ja, danke an alle. Also Leute. Bis zum Schauen. Macht's gut. Danke. Tschüss.